Musik Sarafalöbinarefanger Ohren von Marafalken zu gehören, bieten! Sagen wir dir, salübinander machen zu gehören! Salübi sommer, und es war schon in das Gemärzehn immer mehr Lied, wenn Sie sich filmen und ihre Videos auf YouTube durchgehen, Teilz Lava d'Effo und Riemorres meistens für den Gespaz. Sie ist der Volk von René Niklis dahinter, 83 Jahre alt und ein Hüferprojekte. Der Seidernier-Alles geht los. Der René, wo ein Witz erzählt, wo ein Fisch, wo ein Amikäufe ist. Mit 32 Videos auf YouTube und Major ist der René Niklis und der René, der Mensch, incroyable, viel Widerst bekont und es nun mal ist im Dorf. Fui vermöschbar. Eine kleine Frau kommt zu einer Kirche zu visiten, wo es vieles Leben gibt, natürlich. Sie sagt zu seinem Vater, zu Hause zu gehen, Papa, ich habe gesehen, die sprechen, komm, du kommst hierher! Ich denke, das ist ein alter, verrückter Sieg, aber ich muss sagen, es macht mir Freude. Als ich so etwas fertiggebracht habe in diesem Alter, das hätte ich nie geglaubt, dass das so rauskommt. Als wir angefangen haben, habe ich alle gesagt, ihr seid nicht ganz gescheit, ihr seid nicht ganz bacher, das sagt, das geht nie, nie! Und hätte ich sagen müssen, ich habe das nie geläutert, dass das geht. Wir haben eine Hüfe, eine Hüfe Wüsche. Mit drei Jahren sich hier rollt und ein Holz. Wenn es beliebt, kommt er uns mit dem Wortschatz von YouTube, auch wenn er aber mit dem Play-Wis besser die Zahl verweist aus meinem Computer. Nun, in Meda-Gasa lässt er immer wieder seine Gritz-Worträtsel für seine Gedachtnis, Mora Schoffer. Ich bin normalerweise abonné in viermalen Weißen. Das ist, in tout, ja, plus 20'000, 20'000. Sogar nicht, vielleicht, im Monat. Das heißt, ich denke, dass man sich auch das Gleiche, das kann ich nicht hören. Da ist jetzt zum Beispiel Bonfilon. Das ist was? Bonfilon? Oh, oh. Gold, das sind neu seine Grosskindervirne für Navart. Dann sehen Sie, wie hinter seinen Videos stecken. Was für einen nennen wir? Ich denke, eine Chemise rosa, das wäre gut. La rosa? Ja, la rosa. Weil ihr Rapp, Pepe, René, alle wie der Spossvogel sah, haben sie auch eine Familie Assa-Eva gefilmt. Und unser YouTuber ist jetzt ganz dabei. Früher hat er in Ratte-Oderbund mitgemacht. Aber in der nächsten Video, ich finde das Plössiere, wie ich spiele habe. Hallo, meine Damen und Herren! Heute, du bist, wir müssen uns auf den Szenen untertouchen. Hallo, Triho, Hallo, Triho! Da, 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 da! Da, 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 da! Da, 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 da! Aber das ist nicht wahr! Das ist mir, ich bin in den Szenen! Spolin, du bist du Film, de Maxime. Montiera und Quentin, die Mürtzerums verbreiten. Eine 20-20 Person haben Video-Schubs. Viele, viele kleine Kinder hier. Die haben andere Sachen zu uns, hier beim Alter. Die Hau, die sie hier erzählen, was sie erzählen. Nein, merci, wir sind sehr froh. Und sie, können sie fragen, sind auch froh, dass sie mitmachen mit meinem Vater, mit meinem Großvater. Ja. 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 Ich habe mich nicht mehr als Montage gesehen. Und so, ja, das macht mich ein bisschen Zeit. Ich habe das gemacht, aber es mir sehr gefällt. Und so, ich sehe, dass es auch immer Spaß macht. Und das ist eine Unternehmen, die gut funktioniert. Also, das macht mich sehr gut. Das macht mich sehr gut. Das macht mich sehr gut. Surtout, dass mein Vater so wie so, wie so, wie so. Das ist eine Freude. Und das ist ein sehr, 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 dass wir so viel Zeit haben. Das ist eine Freude. Und ich hoffe, dass es noch lange dauert. Der René und seine drei Großkinder haben viele Projekte für das neue Jahr. Sie wollten zum Beispiel auf Manga-Bühne für die Gegend auf Draten für Sänger und Nathilde mehr auf Ihres Erinnerungsbierlisch Rive. Das ist eine Freude. Das ist eine Freude. Mit einer Dose und einem kleinen Karten, leichter dirigiert durch den Maestr der Orchester. Aber, außer das, das ist doch immer... Das ist eine Freude. René, L'Homme Impräsible! Ja! Ja!